552 und navigator es ist irgendwann halb zehn das gucke ich jetzt gerade aber wir stehen wir haben 17 noch was es ist tag ich habe aufnehmen ja schon dann aufnehmen drei folgen rausklappen wie sie aber schauen wie lange es dauert bis wir uns ja wir haben was vergessen zeigen wir was vergessen scheiße bevor wir zu schnell ablaufen ja ja ich komme ich um die tanks du kannst mal steuern ja ich gehe mal auf elektrik bin ich schon aber egal aber es ist schon ach so ja stimmt ja man hört ja 15 und 5 wir tauchen langsam aber sicher tja 60.000 tonnen ruhige see mit vielen vielen flugzeugen am himmel das ist noch fleckwürdig flugzeug auftauchen 22 22 wieder wenn man easy wie tief sind wir elf meter 11,5 meter 12 meter pendelt boot aus kurs 190 entfernung auf 2 kurs 190 190 und wieder zum auf 190 oder 290 190 also rechts von uns auf 1 so ich mache wieder zum auftauchen bereit ja die dürfen die dürfen nicht weit weg sein das sollte alles passen 5 sekunden später vier ich sehe es schon kaum ey oh shit dixon vielleicht wird ausblausen einmal bemascht nichts zu zu öfter den 190 grad liegt ans kämpfen äh Superior jawohl bin ich avere lösen Kompressoren! Und jetzt, ah, in den Augen! Ich schau dir in die Poppes hinein. Ich seh schon, komm, ich öffne gleich und schon fliegt dir der erste Schuss drüber weg. Oh, ein schöner Nachmittag in der Ostsee. Alles klar, ich hab grad deine Augen gesehen. Eigentlich könnte man schon sagen, auf dieser Entfernung könnte man den Rauch sehen. Hast du auf die Visum gestellt? Äh, auf was? Ich mach schon. Wir sollen vielleicht aufhören weiter mit Elektro zu fahren. Ach so, ja, stimmt ja. Sorry. Oh man. Oh fuck, fuck, fuck! Fuck! Oh fuck! Fuck, fuck, fuck! 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 bei ca. 230 Grad gewesen. Alarm! Alarm! Eben da! Runter! Ne, falsches Vertiel. Alarm, ciao! Der war bei 230 Grad gewesen. Alter, sink! Du Sau! Fucking hell. Auf wie viel Grad? 230 Grad etwa. Also, äh, 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 30 Grad, Pi mal Daumen. Sind sogar linken oder rechten? Rechte Seite, rechte Seite. Alter, willst du mich verarschen? Nein, ich verarsch dich nicht. Ich seh ihn, aber der macht doch absolut gar nichts. Trotzdem! Geh auf Zero Tiefe, wir vernichten das Ding von hinten. Ja, unterwegs. So, äh, was für ein Zerstörer ist das? Schauen wir mal im Buch nach, können wir ja sehen. Es gibt ja nur vier Zerstörer. Ja, aber das ist selbst da, musst du heute schon wieder schauen. Warships. Äh, what? Ein Antrieb in der Mitte. Ey, das muss der bitterklaas Snub sein. Beat auf das Ding 19 Knoten. Oder? Alter, ist ja die scheiß Zürf. Nee, das ist die Flower King. Das ist eine Korvette. Ist das eine Korvette? Das ist eine Korvette. Fucking hell, Alter. Das Ding hat gar keine Wasserbomben. Doch hat's. Der sicher hat das Wasserbomben. Äh. So, dann. Oh. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist Psycho halbe Geschwindigkeit, aber sofort. Ich mach schon. Slow Speed. E so, was hab ich denn? Fucking hell. Geh mal zur Techro und schau mal da vorne. Was da vorne auf uns zukommt. Eine Korvette, mehrere Frachtschiffe und ich will gar nicht wissen, was dahinter noch kommt. Eine Korvette, ein großer Frachter. Was sind das? Frachter? Ja, lass mich mal. Dann schau ich ihm schnell schauen. Ich sehe nur drei Schiffe. Jawohl, dann. Ich geh ran. Ich guck hier mal mit der Korvette, dass ich das irgendwie geschissen krieg. Jetzt mal der Techro wieder einfahren. Warte, wir schauen mal gerade nach. Wieder einfahren. Ja, dass er uns auch ordentlich sieht. Ich will trotzdem sehen, wo er ist. Hab ich das richtig gesehen? Wie schnell fährt der? Ich messe die Zeit. Okay. Wieso steigen wir wieder? Ich will sinken. Wenn wir jetzt gleich nicht sinken kriegen, wir fett einen Schuss. 14. Wie groß ist der? Das ist die Korvette. 62. Teilt durch. 14 mal 2. 8,8 Knoten. Das passt. Ja, denk dran. Früher hast du keinen Taschenrechner gehabt. Der wurde alles noch aus dem Kopf gerästet. Ja, ich weiß. So, nehmen wir 9 Knoten. Die für 2. Was hat das denn für ne... Alter, die sind ja lustig. Was hat das Ding für ne Masthöhe, Alter? Das Ding hat gar keine scheiß Masthöhe. Äh, nee, nicht Timer, sondern C. Beam, Draught, Masthöhe. 20 Meter. 20 Meter, das heißt... Ah, nicht Teil... Alter, nicht Zeitstart, Mann. So, 20 Meter, sagen wir mal... Drei Striche. Das heißt... Äh, Distance Table. Drei Striche auf 20 Meter. Das sind 26,7. Centiradian. Kurskorrigierung, 15 Grad links. 15 Grad links, jawohl. Äh... Äh, Range... Hab ich jetzt gesagt, wieviel? 24. Oder? 2 und... F***ing hell, wieviel hat das Scheißdinger gehabt? 20? 20, scheiße. Okay, 20. Bei 3 sind 26, 7. Das heißt. So. Irgendwann Bau wird korrigiert. Deren linke Seite, das wäre ungefähr so. Länge waren wieviel? 62 Meter. Stimmt, Geschwindigkeit stimmt. Tiefe nehmen wir. Wieviel das Ding an and Drought? 4 Meter. Das heißt, wir treffen das Ding auf 3, hoffe ich mal. Impeel, Engel, Geschwindigkeit 9 Knoten. Und dazu müssen Sie gerade liegen an, Herr Kanoin? Jawohl. So, mein Freund. Die Geschwindigkeit von dir hab ich. Mal schauen, ob ich dich auch erwäsche. Vor allem wieder Seite. War Torpedoro 1. Und habe ich also 2 nie auswählt. Wenn wir die Korvette treffen, ist alles gut. Vorerst. Äh. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Dinge so zu stören sind. Äh. Ein bisschen schnellere Geschwindigkeit. Jawohl. Halfspeed liegt an. Aufwand. Infekt Angle. Passt. Angle am Bau. Wieviel? Alter. Scheiße, das darf dann nachher zu gucken. Jawohl, das passt noch. Führer Angle. Führer Angle. Passt eigentlich gar nicht. Ey. Drei Minuten. auch ich sehe bei 345 grad ein zerstörer der ist weit vorne, der jobbt uns jetzt nicht noch nicht noch nicht, wir müssen erstmal die konvert weg machen wenn wir die konvert haben, ist das top angle on bow würde ich jetzt als so bezeichnen im feuern habe ich gesagt, sei wir, wa? äh, äh, erst mal zwei torpedos im abstand von zwei sekunden ich will nicht gerade alle vier torpedos für ein schiff ich habe zwei stück zwei, ok wir müssen dann bau mh geschwindigkeit lasse ich mal so wie gerade berechnet höhe passt, range müsste passen ich denke, die fallen ja weg von uns ich stelle die höhe mal auf 28 Achtung der torpedos raus ja Zeit ist gestartet time bis impact 322 322, ok es berechnet im impact ich weiß aber nicht ob das stimmt also das ding müsste bis dahin das ding muss bis dahin ordentlich äh, das ding muss bis dahin 15 grad von uns zurücklegen 15 grad von rechts nach links, alter das fehlt was das fehlt richtig hart was wenn ich das ding versenke, dann Junge, hab ich den scheiß Ding jetzt verstanden so, darauf erstmal einen kleinen Mini-Snickers Mini-Snickers ahhhh ich hab nix mehr haha das sind auch noch so Krippel-Dinger so diese Celebrations-Dinger ja, 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 ja die machen mich verarscht das ist immer die Hälfte drin alter da, scheiße dauert das lange fucking hell das war diese Zeit da drauf zu warten einfach so, ey ich schau mich währenddessen mal ein bisschen weiter rum oh, Mann, 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 Mann jetzt geht mal wieder Vollgas ja, ich gebe Vollgas Full Speed legt an, Herr K9 voll ups 1,40 rum ja sag mal wenn der Spread-Engle tatsächlich passt, Alter, ne dass die noch nicht unser Rohr gesehen haben das wundert mich echt erstens ist das Rohr auf Wasserhöhe perfekt raus ja, Deins guckt höher raus, ne 3 Meter mehr ja, aber Deins schaffst du ja gar nicht mal rauszuholen weil es ist ja schon in der maximale Höhe ja, das ist es ja also, es sieht ganz gut aus ich muss jetzt noch eine Minute und er ist auch schon auf jeden Fall auf der Grazzeit angekommen also, bitte, bitte, ich will es unbedingt sehen oh, Mann, ich weiß, du willst es doch auch du willst es, du Stück ca. 30 Sekunden ja ah, bitte, 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 bitte wenn wir den erledigt haben ist der Rest hoffentlich easy nur das Problem ist ne Corvette oder Zerstörer zählt da nicht als, äh als Tonnage die hat doch Sprach dabei, die hat ne Tonne ne Tonne, okay da ist rum ah, scheiße ah, scheiße wo ist Korrektur 10, äh, 15 Grad nach links wo ist hier gerade nach links, ei, Herr K9 nein ich hab nen Treffer gehört ne 16 Grad liegt an, Herr K9 Wolle Alter, das irgendwie nochmal mit sich zu stellen das ist doch ein Kraus absolut schwer das Ding irgendwie so einzupendeln dass der Gyroengel so perfekt mitfliegt Problem ist vom Gyroengel wenn wir das Teil direkt auf das Schiff hinaus richten weiß ich nicht, ob das so passt mhm wenn nicht, dann mach einfach mal 5 Grad nochmal nach rechts mhm 5 Grad rechts? 5 Grad rechts 5 Grad rechts ok ok Target Speed, ey Hä, ohnnh ist älaj aui lol oh shit 20 Meter mal zwei. 20, 42. Alter fucking, help. Einmal nicht aufgepasst. Dann ist schon so, dann ist echt so am Arsch. Ich hab nur das Periskop betrachtet und nach mir, wieso sieht das weiter um? Oh fuck. So. Alter, das ist hier so arschdunkel bei mir. Bei diesem Boot. Das Ding hat uns, glaube ich, noch nicht bemerkt. Das passt alles. Target Speed, sag ich mal, ist immer noch ein Knoten. Alter, wie viele Frachter? Eins, zwei, drei. Und dann verließ es ihn. Oh, Zerstörer. Bei 25 Grad. Ja. Oh Gott. Du hast wieder anpassen. 5 Grad nach links. 5 Grad links, äh, Captain. Ich rechne nochmal die Zeit und die Geschwindigkeit zu kriegen. Problem ist, wir fahren mit, deshalb kannst du das kaum akkurat machen. Hm. Dann lassen wir das. Wir behalten einfach die Schwindigkeit von gerade bei. Hier war es zuverlässig einigermaßen. Angle on Bow, den mach ich nochmal ein bisschen stärker. Dann so. Reichweite habe ich gerade auch seitdem von 40. Bisschen, bleiben wir mal bei 40. 2 Stück raus. Ja. 5 Minuten. Wie viel lange? 5? 5 Minuten. Das ist, glaube ich, viel zu lange. Ey, nee, das Ding ist scheiße weit weg. Aber der Engel, der setzt das halt so, dass er das praktisch gesehen treffen muss. Man muss aber denken, der fährt halt übel langsam an uns vorbei. Das ist halt so, ich mal, dieses Problem. Das Gute ist, der hat nach hinten hin keine Kanonen. Aber der Zerstörer, der da vorne immer wieder ist, den sieht man halt nur so leicht einmal hochkommen. Ja. Das Problem ist, wir können weder versuchen, noch den Convoy zu targeten, noch sonst irgendwas. Wobei, das könnte man ja auch mal ausprobieren. Ich identifiziere einfach schon mal die Schiffe. So ein Convoy. Das sind einfach... Die hinteren Schiffe sind zwei. Wenn wir eine Salve von drei rausfeuern, sollten wir vielleicht beide treffen. Saiko? Ja? Wenn ich dir jetzt sage, dann fängst du an zu zählen. In Sekunden, ja? Ja. Jetzt. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Der wäre viel zu langsam unterwegs. Die Korvette dreht links bei. Die Korvette steht gerade. Verscheiden wir das so? Nein. Die dreht rechts bei. Die fährt noch. Ja. Aber sehr langsam. Scheiße. Ja, ja, wir sind auf hoher Distanz, dass wir sagen könnten, easy. Wie gesagt, wir haben auch erst noch eine... Wir haben erst 1,45 rum. Also es dauert noch, dass die Dinger einschlagen würden. Hm. Da fällt einem dann wieder auf, wie scheiße schwer es ist, diese Dinger zu berechnen. Du guckst aber auch gerade, wahr? Ja, ich glaube auch gerade. Du siehst die Korvette? Ja, sehe ich. Alles klar, dann behalte weiter in dem Tiefenblick, ich identifiziere die anderen Schiffe. Ja. Die Korvette hat wieder Fahrt ausgenommen. Der Funnel ist hinten. Korvette gibt wieder Gas. Verchint, Sierra, Aft. Äh. Composite. Mars, Mars, Mars. Okay. Mars, Mars, Mars. Funnel. Heavy Tanker. Äh, Batteriekapazität bei... 4,5. Mach langsamer. Ja. Geh auf, äh... Halbe Kraft. Ja, slow. Langsamer Fahrt liegt an, Herkerleun. Okay. Heavy Tanker Typ 28. Mast Höhe 38. 4 Striche. Eis für mich. So wie gesagt, 28 oder 38? 28. Äh, 38? 38. 4 Strich sind 38 Dinge. Das kommt ungefähr hin, aber dann... Dann... Alter. Ja, okay, dann haben wir fett aufgeholt. Dann werden die Torpedos auch wahrscheinlich gar nicht sitzen. Die habe ich auf 40 eingestellt. Aber es könnte sein, dass die gleich nach sitzen. 40 Sekunden noch bis eigentlich ein Einschlag. Ja. So, einmal merken. Heavy Tanker Typ 28. Jawohl. Oh, einfach nur Typ 28. Das bleibt reichen. Das andere, ja. Mast, Mast... Funnel... Nee, Mast, King, Mast, Funnel, King, Mast. Mast, King, Mast, Funnel, King, Mast. Äh... Composite Split, Amid Ship. Hm, hat das Ding eine Insel? Scheint mir nicht so, aber das müsste dann der Heavy Tanker Typ 13 sein. Fast Höhe 28... Alter, das Ding ist absolut schwer zu erkennen. Holy fuck. Drei Striche. Drei Striche bei 28. Weiß ich drei. Das... Das... Ja. Abend verfehlt, die Torpedos. Der ist mir nicht mehr sicher. Mhm. Wir versuchen mal, den da hinten aufs Korn zu nehmen. Kurs kann gehalten werden. Ja. Die Geschwindigkeit von dem weiß ich noch nicht. Wenn ich die auf Seite berechne, dann klappt das, glaube ich, nicht. Verprobieren wir es einfach mal. Der hat maximal 36 Knoten. What the fuck? Boah, nicht der Heavy Tanker Typ 28. Nene, der ist teuer. Der hat maximal 14. Aufersteh. Der hat Espero. Die nene, der ist mir sicher. Ich würde es mir sicher. Ich hoffe, es geht weiter. Aber ich will mir einfach mal vor. Wobei wir uns schon mal gut. Und wenn ich denn jetzt gibt es nach einer Schriftstelle. Das war's für heute. das habe ich mich gerade erschrocken was ist das denn guck nach links jetzt zerstörer kommen dann spiel die musik ein jetzt da habe ich es nicht daran gedacht und 50 ich brauche was habe ich gesagt was habe ich dich gerade gefahren was du dir merken sollst 28 28 ja unspecified unspecified er wird ein kategorisch der ist 147 147 geteilt durch was habe ich gesagt 55 x 25 5 knoten na das kommt hin also muss ein bisschen schneller sein der war was habe ich gesagt was höhe ist sagen wir mal 4 bei 38 hier sind das kann nicht wir müssen gleich hoch wieso 4,5 jawohl über 50 hydrometer weg. hydromeilen glaube ich ist das dann ja sogar. Hektrometer, keine ahnung. Weiß ich nicht, was das sein soll. Der Speed war bei knapp 5 bis 6, das passt. Pedotiefe muss auch passen. Der Guru Engel passt das Ding bloß leicht an, aber ob das tatsächlich so stimmt, weiß ich nicht. Ok, der Guru Engel, der bereitet das Ding auch immer noch aus. Batterie statt sagt 4,5 hast du gesagt, was? Ja, 4,5. 15 Grad, noch ein Zerstörer. 15 Grad? Achso, ja, ja, das weiß ich, das weiß ich, die habe ich schon die ganze Zeit im Blick. Ja, ich sitze da und schaue auf die Tanker und auf die Korvette. Aber das habe ich zu dir gesagt. Ich dachte, du meinst den ganz links, Alter. Nein, 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 nein. Der längste sehe ich nicht mehr. Ei, 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 das ist oh Gott. Ob man wo ran kann. Er hör bestimmt nicht. Da ist ein U-Boot und da ist nur Kamikaze. Okay. Ich glaub wir könnten sogar fast schon bald auftauchen, wir könnten auch versuchen die Zerstörer zu zerstören, und dann mal schauen, aber äh, da ist die, ja das ist, ich weiß nicht, aber ich weiß, wie er das ist. Funnel ist ins Menu, Warships, Tribal Class, Mast Höhe, 32, ich seh den scheiß Mast nicht mal, alter. Ah, der hat nicht mal einen Mast, oder? Doch, der hat einen Mast. 3, was hab ich gesagt, 38? Fuck, die Elektros, die scheiß ich von mir an. Die 32, und das dann bei 3. 49,7 ist der Elektro. Knapp 4 Kilo Ampere die Stunde. Ich brauch den Speed von dem Ding. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 下 und ist z2, 2020 Vermont, زDF, 2020 Peak handed,paidMes Valid, 2020 Untertitelung, 2022 Erernungsendomen des ZDF, 2021 petri, 2022 42 7 dann gehst du auf die range oder die hrm dran steht gibt dort 44 1 und die geschwindigkeit ich habe einen scheißdenken ich guck mal hier war nett dass wir nochmal auftauchen nö passt groß ist das schiff 115 durch 21 x 2 der zerstörer der zerstörer der zerstörer ja der zerstörer der gyroengel macht trotzdem keinen sinn jetzt machte guru eigentlich schon mehr so gut sie schnell vorbei machen wir mal ein 15 grad nach links 20 grad nach links 20 grad nach links 20 grad 20 grad holy fuck jawohl wird so richtig langsam dunkel ach echt target speed ist immer noch 11 der gyroengel passt auch länge müssen passen meterzahl nehmen wir auch mit in der schneller als hier wobei wir erhöhen nochmal ein bisschen aber passt du den kurs weiter an ja ich habe jetzt gerade wieder umgestellt weil er hält einfach die 0 grad nicht so richtig er geht immer einen tic nach rechts oder nach links ja ich kann mal sagen jetzt muss ich mich erstmal den engelmann vor wieder umstellen fucking hell der gyroengel ist absoluter bullshit boah nee das stimmt gar nicht äh zerstörer nehmen kurz auf uns wo damals der links 240 rechts stelle schrauben geräusch wie viel grad äh periscope 10 grad nehmen kurz auf uns zu aber volle suppe tatsächlich oder äh ey lol der hat doch niemals gedreht wir kommen dir doch bloß schnell näher ich sehe mal nicht das Heck siehst du das Heck? hä ist das ist übel schwierig das zu erkennen wir kommen den Konvoi grad übel schnell näher fänden wir gerade auf das ist das Heck das ist das Heck das ist das Heck ist das Heck? ok der hat noch nicht gedreht das ist das Heck der hat noch nicht gedreht alter ich glaube Paras ja deswegen äh korvette bei 340 grad ja ja das ist die die wir vorhin schon versucht haben zu kriegen ja 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 ok zerstörer wendet so keine Ahnung hab ich wieder ein bisschen runter Alter äh dieses scheiß Ruder das man nicht kann mit Schiffs halten ach ähm 6 Kilo Ampere die Stunden haben wir noch an Batterien ja nimmst du den Zerstörer Visier? ach Shadow? ja ok weil ich höre nämlich das Schraubengereich des Torpedos gerade in die Richtung aber das macht eigentlich gar keinen Sinn weil der Zerstörer dreht er dreht auch ja aber er dreht nur links mit dem Konvoi er hat uns nicht gespottet wenn er dreht dann sehe ich das ich hoffe mal dass er jetzt die Richtung beibehält ja 3 Minuten noch was ja das Problem ist halt die Geschwindigkeit können wir nur um die mal daumen machen weil wenn wir stehen bleiben tauchen wir auf mh das ist korrekt das ist ein fettes Problem deshalb können wir nicht stehen bleiben äh die Höhe und Masthöhe müsste alles richtig sein die Entfernung ist relativ leicht herauszufinden das Problem dabei ist einfach nur äh hahaha hahaha er dreht ne? langsam ja scheiße was macht der Gyroengel alter der Gyroengel ist doch viel zu hoch ey ooooh mhm wo ist ne Korvette hinten? hä what? hä? kann ich jetzt schon sagen der sitzt nicht bist du Gyroengel daneben? der Störer hat gedreht oder alter da da was? das ist so schwierig zu erkennen der fällt immer noch der kann auch gar nicht setzen der kann auch gar nicht setzen der kann auch gar nicht setzen ne der dreht erstens dreht der und zweitens äh muss vorstellen der Gyroengel hat gesagt der Torpedos fährt äh fliegt vorne und nimmt dann leichten links drall äh Problem ist der Zerstörer ist auf der rechten Seite und ist immer noch auf der rechten Seite und wir haben schon 2 Minuten 30 rum der Torpedosegel gerade irgendwo Friede Freude Eierkuchen auf die Schiffe die da ganz weit hinten sind mit viel Glück ja ja mit viel Glück äh 5,5 Kilogramm per Stunde der hat wieder beigedreht aber das kannst du knicken kannst du wieder langsam auftauchen ja da muss man noch an den kleineren Schiffen üben damit das klappt tauchen auf mh bei sowas kann ich dir direkt sein das klappt nicht weil wir müssen jetzt gefühlt 5 Sachen gleichzeitig machen können und wir sind 2 Mann ja ja das geht nicht Problem ist normalerweise würde ich halt mit 4 Augen von sie überarbeiten das heißt ich hab ich guck nach gib Zahlen durch äh 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 was äh äh schau mal nach dem Zerstörer kommt der auf uns zu ich bin oben jetzt kann ich glaube ich ein bisschen besser gutachten komm mal das Periskop an dann kann ich das sehen kommt der auf uns zu das kann ich vielleicht sagen nein wir haben die Rückseite von dem ich sag das sieht so übel mies aus ne ja ja deswegen weil das macht mich jetzt ein bisschen stutzig wir haben die Rückseite von dem wir haben die Rückseite von dem pah alter das werfen es werden ausgeplasen ja ja das sieht man aber auch perfekt ey okay das muss ich den Grafik machen lassen ey was dann? du siehst perfekt wie das schiff auftaucht und nicht okay also wirklich perfekt du hast gerade gesagt es wird ausgeblasen und schon läuft kein wasser mehr übers deck geil die sonne ist noch gar nicht untergegangen die taucht jetzt hab ich gefühlt eher wieder auf ja naja die geht unter du kannst das periscope soweit erstmal wieder einfahren okay ich wollte nicht so in der Welt selbst schrauben, dann musst du es wissen okay das passt das passt das passt 18 knoten liegen an dann sieht aber zu noch die rauchwolken von dem ding wenn du das an so lustig schaust und wenn du das ding direkt wieder anschaust dann sind sie weg hehehe du hast praktisch gesehen hacken fällt mir gerade auf was weißt du wieso also ich schaue gerade mit meiner linken seite oder mit meiner rechten bildschirmseite schaue ich gerade so an die grenze dass ich den zerstörer sehe ich sehe alle schiffe die dahinter sind das sind fünf oder sechs schiffe ja stimmt seh ich auch ja mein lustiger bug ich mein sobald du das ding halt straight anschaust siehst du noch einen mhm 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 ja geschluckt worden sozusagen mhm ja geschluckt nicht gerade das problem ist halt mit den ganzen leuten ähm das ist das ist einfach zu wenige sind für missionen ja ja deswegen werden wir aufm ja sag ich mal mit den anderen leuten zusammen arbeiten in die 8 8er in die 8 8er ja ja oh spielt hier dieses wunschbleib ja na falsche leiter fucking hell äh der zerstörer dreht glaube ich gerade bei das heißt für dich du hast gleich einen schönen job ich versuche für dich einmal die höhe auszurechnen ja aber die entfernung äh 4 strich bei dem zerstörer 32 meter 32 4 strich sind probierst du mit 2 zwischen 32 und 25 muss es liegen 32 25 ich wollte 35 oder 25 in der nähe also dazwischen dem bereich da müsstest du ihn treffen können der schießt auf uns daneben presse ne oh gerade drüber gerade ganz kurz drüber er dreht bei drüber 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 zu niedrig zu niedrig das ist das ist ultra schwer Oh, close So tief Oh oh Das Ding ist noch in meinen Kopf geflogen Fucking ey Oh, ganz close Treffer Treffer Oh oh Oh, huu Treffer Treffer Die Kovac schießt auch schon auf uns Oh Der hat getroffen, ich geh runter Mach weiter Ich schau nach wegen der Bild Ei, noch ein Treffer Oh Oh Schade Alter